Das hier ist Norge, der ist echt smart Voll freshe Cap, Skateboard am Start Echt cooler Typ, immer am Saufen Grad schlechte Laune? Lass mal einen rauchen Los Norge, gönn dir noch einen Schluck Bock auf Sex? Geht doch ruckzuck Aber dann tritt dieses Mädchen in sein Leben ein Mit dem sich Norge voll gut zu verstehen scheint Anders als sonst kann er mit ihr Sein wie er ist, ganz ohne Bier Er kann sogar über so krasse Themen wie seine Gefühle mit Josephine reden Deren tolle Performance den Kinofilm prägt Und den ganzen Film lang dieses schreckliche Hemd trägt Der Film zeigt gut auf, wie die Norm cool zu sein Unsere Persönlichkeit unterdrücken zu scheint Und die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben Tut unsere Generation scheinbar prägen Ich bin auch nicht so cool wie ich tu Ich leg das Mic jetzt weg zur Seite